Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz. – Berichterstatterin ist Frau Kollegin Ravensburg. Bitte sehr, Sie lasst das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vizepräsidentin Heike Habermann, Ministerpräsident der Landesregierung Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. – Es ist vereinbart, keine Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Ich sage, keiner enthält sich. Dann ist der Gesetzentwurf einstimmig verabschiedet und zum Gesetz erhoben. Won 정답! – благ heats stunt auf. WDR 2018 WDR 2018 WDR 2018 WDR 2018